Der bekannte Star-Architekt Werner Sobeck schlägt jetzt ein Bürgerstrom-Kontingent vor. Ihr habt richtig gehört. Man soll kostenlos Strom bekommen in einer gewissen Menge. Darüber sprechen wir gleich mal, wer das dann entscheiden soll, wie viel das denn ist. Und wenn du darüber Strom haben möchtest, dann musst du ihn dir kaufen. Du kannst es dir nicht mehr vorstellen, wir laufen hier in die komplette sozialistische Planwirtschaft und nichts anderes. Damit morgens zusammen, wir machen eine kritische Betrachtung dieser Äußerung des Architekten. Mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir das Ganze hier. Das ist der Werner Sobeck, der ist bereits 70 Jahre alt, der Herr, und ist Architekt und Bauingenieur, war Professor an der Universität Stuttgart. Und wir gucken mal auf seine Website. Wir sehen das Ganze hier. Er ist nämlich unter anderem auch dafür verantwortlich, hier diesen ThyssenKrupp-Turm, diesen Testturm gebaut zu haben. Das sehen wir hier auf seiner Website. Also wirklich architektonisch. Wow! Muss ich sagen, ich bin ja für sowas anfällig. Das finde ich ja ganz schön. Hier schön Aluminium und sonst was. Verschiedenste Glasmaterialien, alles zusammen. Das sieht hochmodern aus, schick. Ich würde nicht drin wohnen wollen, aber ich gucke mir sowas gerne an. Hier ist der ThyssenKrupp Elevator Testturm. Als ich bei Kettner Edelmetall unten im Schwarzwald war, bin ich auch das erste Mal da unten an der Ecke vorbeigefahren. Dachte mir, was ist das für ein Riesenturm da hinten? Da habe ich den nämlich gesehen. Wenn ihr ihn kennt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten auch hier wirklich tolle Bauten. Muss man wirklich sagen. Also designtechnisch seine Agentur hier wirklich Wahnsinn. Muss man ganz klar sagen. Keine Fragen. Dann aber gehen wir direkt auf diesen Punkt ein. Ich schlage ein Bürgerstromkontingent vor. Und das ist ganz interessant, was dem Herrn da vorschwebt. Denn dann betrachten wir das Stromproblem aus einer anderen Warte. Ich schlage ein Bürgerstromkontingent vor. Jeder Bürger hat Anspruch auf eine bestimmte kostenlose Menge Strom pro Jahr. Das Kontingent ist so bemessen, dass einerseits die Netze stabil bleiben und dass andererseits Heizen und Warmwasseraufbereitung in vernünftigem Maß bei zumutbarer Wohnungsgröße für Menschen mit niedrigem Einkommen kostenlos möglich sind. Also eine Art Wärmegrundsicherung für jeden. Wer mehr verbraucht, weil er eine große Wohnung bewohnt oder eine Zweitwohnung besitzt, ja das geht ja schon mal gar nicht, der muss sich dann nach Angebot und Nachfrage regelnden Strompreis bezahlen. Oder er saniert bzw. produziert selbst Strom. Ich denke, diese Vorgehensweise wäre ein zutiefst demokratischer und solidarischer Akt. Wir verteilen den knappen Strom per Capita pro Kopf. Nicht nach Einkommen, nicht nach Wohnungsgröße, sondern per Bürger. Tja Leute, was willst du dazu noch großartig sagen? Wird dann der Herr Habeck derjenige sein, der sagt, ja Olli, du hast jetzt die Möglichkeit, deinen Computer drei Stunden am Tag laufen zu lassen. Drüber ist das jetzt zu viel. Und wenn du jetzt dann auch noch zusätzlich die Heizung einschaltest, wäre das zu viel. Das geht jetzt nicht, da musst du dich schon entscheiden, das ist dein Kontingent, da musst du aufpassen und alles, was drüber ist, musst du dann kaufen. Und wer sich das leisten kann, wird das tun. Und da wissen wir ja wieder mal, dass die grünen Wähler sowas natürlich befürworten und toll finden, weil sie nicht diejenigen sind, die verzichten müssen. Das sehen wir ja immer wieder par excellence. Und dann muss man natürlich direkt die Frage stellen, was kommt als nächstes? Gibt es dann Lebensmittelkarten für uns hier in Deutschland? Steht dann vielleicht auch noch drauf, wie viel Fleisch ich kaufen darf, wie viel Fleisch ich pro Monat essen darf? Solche Ideen gibt es ja schon bei den Grünen. Cemil Steme und Ricarda Lang haben sich ja darüber geäußert, dass man gucken müsste, dass man nicht mehr zu viel Fleisch isst. Wisst ihr Leute, das geht hier alles aktuell in eine Richtung, das ist wirklich so unfassbar. Aber der Herr kann auch Doppelmoral, denn wenn wir uns dieses Bild hier angucken, das ist das Büro des Herrn und wir sehen, hier spiegelt sich ja alles, hier ist ja, das ist ja komplett im Grünen, man kann es ja fast gar nicht richtig erkennen, diesen Glaskasten, der sitzt komplett im Grünen und das Schöne ist, genau darum herum in diesem Weltartikel heißt es hier, ich begrüße individuelle Wünsche. Ja, das freistehende Haus im Grünen ist für viele ein großer Traum, denn da wird gefragt, sind sie für ein Verbot neuer Einfamilienhäuser? Die Umsetzung dieses Traums ist aber mit Konsequenzen verbunden. Die Aufwendungen für die Infrastruktur, die erhebliche Baustoff und damit auch Emissionsaufkommen erzeugen, sind in einer Einfamilienhaussiedlung fast doppelt so hoch und so weiter. Und jetzt kommt es, warum ich das mit in Verbindung mit seinem Haus, mit seinem Büro hier mache, wo rundherum offensichtlich grün ist und kein dichter Bebau, sonst würde sich ja hier im Bild, wir können es uns gerne nochmal angucken, sonst würde sich ja eben in diesem Bild hier ein anderes Gebäude spiegeln. Das ist nicht der Fall. Zitat, die Distanzen von Haus zu Haus, die es nur bei freistehenden Häusern gibt, müssen mit Straßen und Leitungen überbrückt werden. Wenn sie dies vermeiden und auch die damit verbundenen Bodenversiegelungen reduzieren wollen, dann muss man Haus an Haus bauen. Wisst ihr Leute, das ist wirklich grüne Doppelmoral. Das kannst du dir doch wirklich nicht mehr vorstellen, was hier abgeht. Das ist der absolute Knaller, oder? Interessant ist auch noch folgende Aussage. Worum es denn heute geht, wird er gefragt. Die derzeitigen Wärmeschutzgesetze zielen letztlich darauf ab, den Zusammenbruch der Stromversorgung zu vermeiden. Ich weiß, ich habe auch einige ältere Zuschauer. Könnt ihr euch die letzten Jahrzehnte wirklich mal zurückerinnern? So zum Beispiel nur alleine 10 Jahre, 20 Jahre und dann auch mal 30 Jahre. Waren solche Wärmeschutzgesetze jemals in Deutschland notwendig? Oder war es eher nicht so, dass wir ca. ein Drittel unserer Energie aus Kernenergie zuverlässig und preisgünstig bezogen haben und solche Wärmeschutzgesetze gar nicht notwendig waren? Was ich damit sagen möchte, wir haben doch glanzklar einen Rückschritt in diesem Land zu verzeichnen. Wirtschaftlich wie eben auch energietechnisch und der ist durch die Politiker entstanden. Der wurde durch unsere Politiker und deren Entscheidungen natürlich vorangetrieben. Aber eben nicht nach vorne, sondern rückwärts nimmer, vorwärts immer oder wie war das von Honecker? Und an Idiotie ist das Ganze ja nicht mehr zu übertreiben. Wenn man sich dann überlegt, dass wir die Abschaltung gemacht haben, letzten drei AKW im April diesen Jahres, dann aber zusätzlich mehr Verbraucher ins Netz reinholt, sprich Wärmepumpen, GEG, Heizungsverbotsgesetz, dann natürlich auch noch zunehmend weitere Förderungen für Elektroautos, und immer mehr dieser Fahrzeuge, die auf den Straßen sind. Und dann haben wir natürlich immer noch den ganz, ganz großen Elefanten im Raum stehen. Das Thema, das ja nicht angesprochen werden darf, dass wir in Deutschland natürlich immer mehr Menschen werden. Und dass, wenn wir immer weiter neue Menschen hier in dieses Land reinbekommen, dass das ein ganz großes Problem wird. Wohnungstechnisch, natürlich energietechnisch, aber auch finanziell gibt das massive, riesengroße Probleme. Das ist wirklich unfassbar, was hier für Äußerungen getroffen werden, meiner Meinung nach. Ich kann das so absolut nicht mehr nachvollziehen. Das geht wirklich in die reine Planwirtschaft, in den kompletten Sozialismus. Und sowas hat uns noch nie vorangebracht. Irgendwelche Reduzierungen oder ähnliches oder auch andere Länder. Das war immer ein weiterer, neuer Rückschritt für jegliche Gesellschaft und Zivilisation. Ich finde das einfach nur noch krass. Aber jetzt schreibt mal eure Meinung zu diesem Bürgerstromkontingent im Speziellen gerne in die Kommentare rein. Da interessiert mich wirklich, ist das eine sinnvolle Idee, dass man so ein Kontingent kostenfrei zur Verfügung hat? Und auf der anderen Seite dann das Ganze, wenn du mehr benötigst, als das, wer ja auch immer es vorgeschrieben und ermittelt hat, wie viel du denn haben darfst an diesem Strom, dass du dann natürlich extra zahlen musst. Abonniert den Kanal gerne, wenn du neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.